Simon, du musst alles erraten, ne? Dann alle sagen, ja, Simon ist so dumm. Erster Begriff, bist du bereit? Babbeln. Was ist das? Nochmal bitte. Babbeln. Wir beide, wir babbeln. Freund. Jetzt gerade babbeln wir. Sprechen. Ah, okay. Äppelwoll. Apfelwein. Bämbel. 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 Spiele. Wurst. 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 Top. Dorschenaner. Was? Dorschenaner. Dorschenaner. Durcheinander? Ja. Ja. Dude. 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 Tüte. Brauchst du eine? Tüte. Ja. Redet doch mal Deutsch. Kneipche. Kneipe. Kneipche. Kneipche. Keine Ahnung. Bar. Gaststätte. Kneipe. Trinkhalle. Ich mach dich kaputt mit einer. Messer. Wie heißt das? Kneipche. Dibbe. Bitte? Dibbe. 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 Sag nochmal bitte. Dibbe. Topf. Topf. Kinder. China. China? Nein. Du hast drei. Kinder. Verkrummelt. Verkrummelt. Ich hab keine Ahnung. Zerknittert. Knittet? Zerknittert. Schoppe. Schoppe. Ein Schopp? Ja. Fährt. Fährt. Fahren. Gefährt. Oh, ich meine. Wenn du etwas machst, was andere Leute lieben. Ja? Du fährst. Tim, du machst viel davon. Ja, Spaß. Ja. Fährt. Spaß. Scherz. Dabes. Keine Ahnung. Idiot. Gleich. Tollpatscht. Tollpatscht? Ja, gut. Kolde. Was? Kolde. Kolde. Fettdecke. Fettdecke. Es ist kalt. Gepläert. Geschrei. Diese, Bruder. Bist du bereit? Bei Hempels. Hühner am Sofa. Ah, das kenne ich aber, das Sprichwort. Bei Hempels unterm Sofa. Dreckig. Jemand. Jetzt bei Auditor, was ist das für eine Sprache? Der Kerl.